Jetzt willkommen zu einer weiteren Folge am Praftischen Marsch. Wir setzen unsere Arbeit fort. Wir müssen noch auf Feld 13 Rundgruppe kämpfen. Die Solage müsste eigentlich jetzt gern. Prüfen wir gleich mal. Die Solage ist noch da. Und es geht immer noch. So wie verlassen wurde. Also aktuell ist es noch da. Das zu den Tests. Also wenn die BGH eingehört und das Silo eingehört, geht die Solage nicht verloren. Dann werde ich als erstes mal die Fahrzeuge zurückgeben. Garage, die Fahrzeuge. Und die habe ich auch gemietet. Gebe ich zurück. Kostet uns noch Geld. Geben. Zurück geben. Gut. Der Kostenfaktor ist mal reduziert. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell. Unkaubekämpfung. Jetzt fahren wir mal auf Feld 13. Unkaubekämpfung da auch mal Unkraut. In die Verkehrte Richtung. Dann können wir auch hier rüberfahren. So wie er wächst noch nicht. Wir müssen ihn wieder voll machen. Sonst wird es knapp. Die Köhn geht es auch gut. Sie haben erstmal alles. Was wir noch fehlt. Alles in ausreichender Anzahl. Das fehlt halt noch. Tabu. Ansonsten haben sie immer alles. Gebraucht. Gut gearbeitet. Schön grün aus. Vollgas. Zurück. Ich bin durch. Hab nix. Alles in aus. Alles in. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann werden wir da auch die Sonnage-Ball machen. Das geht auch am schnellsten. Aktuell einlagern können wir noch nicht. In loser Form nicht. Und in fester Form. Das ist machbar bei allen. Jetzt überlegen, Gras ist eine Geschichte. Gras haben wir aber nicht zu tun. Können wir mal einlagern. So, es rauscht die gerade so, dass wir kaum Bekämpfungsmittel. So, es geht auch nicht zu tun. Okay. Ja, können wir gleich Silageballen machen, für die Kühe, ein roter Verkauf, ein bisschen haben wir ja noch. Urlaub nächstes Gras, das dauert noch eine Weile. Jetzt machen wir Silageballen und verkaufen, dass wenn er freistimmt, wird verkauft, dann wird er eingelagert und dann haben die Kühe genug Futter. Ganz schnell. Genau, Piepmatz. Anzeig auch. So. Da haben wir zwei. Genau aufpassen. Die Leute sind beides das gleiche. Nee, das sind nicht verschieden. Spannend. Gute Frage. Das ist jetzt die gute Frage. Ja, hier sind wir zwei gespeichert. Oh, jo. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das könnte eigentlich passen. Nein, das passt nicht. Das ist drei Vorgewände. Das ist der aktuelle. Das heißt, den richtigen Löschen. Der obere ist das. Der obere ist das. Ja, der obere ist das. Keine untere. Weg. Weg. Die erste Robball war neu. Ist auch kein Problem. Brauchen wir auch. Jetzt ist Gras. Und Koppelkämpfung. Ja, der Zug fällt. 13 fahren. Malzeit. Entschuldigung. 12 fast. Daran denke, im Auto wird wir aufstehen. Aber Erdmaß unter. Noch keine Ahnung. Koppelkämpfung. Die Koppelkämpfung. Das wird von hier am besten ab. Oh, also hier vorne. So. Fressen. Ah. 12, 13, 13, 13. Mal, mal, Koppelkämpfung. Woanki. Der Koppelkämpfung. Der Koppelkämpfung. Aber nicht... Aber nicht mein. Naja... Hopfen. Ausklappen. Ja, das ist schon mal reichlich. Das war Graf Stufe 2. Jetzt können wir mal die Heuballen einsammeln. Ob wir hier düngen können. Ein paar Balls sind es doch geworden. Mit den anderen Silageballen sollte ich jetzt eigentlich viel Kühe genug haben. Und dann haben wir Juli noch. Los. Komm eine Weile aus. Kommen Sie kurz an. Schnellig. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Komm Nummer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020